Hallo zusammen, ich bin Lukas Hohstedtler, seit 10 Jahren, im zweiten Lehrjahr als Anlage- und Apparatenbauer bei Guild & Door Systems. Heute ist mein Berufsalltag. Das Coole an meinem Beruf ist, dass man sehr viele Methoden kennenlernt, wie man Stahl verarbeiten kann. Sei es mit Hilfe des Schweissgeräts, Winkelschleifers oder auch von Hangen mit Hammer und Viehle. Der Beruf Anlage und Apparatenbauer bietet sehr viele Abwechslungkeiten. Zum Beispiel, an einem Tag hat man grosse Serien und am anderen hat man grosse Stücke, die man machen muss. Hallo zusammen, ich bin Chiara, Anlage- und Apparatenbauerin, im zweiten Lehrjahr bei Guild & Go. Ich habe mich für die Lehre entschieden, weil ich sehr gerne mit Metall arbeiten und die Lehre noch sehr viel handwerklich beinhaltet. In unserem Beruf muss man sehr viele verschiedene Schweissverfahren ausüben, bohren, stanzen, Material zuschneiden, sowie Blech biegen, was ich gerade machen will. Jetzt seid ihr ein kleines Ausstattes mit dem Berufsalltag. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns an der Werbung checken würdet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.